Wenn es gleich einmal kurz abbricht, dann wundert euch nicht, Freunde, wir gehen jetzt rüber, ein bisschen Spaß haben, so wisst ihr. Ey, wie geil! So, Freunde, wieso werden wir jetzt gerade in diesem Freizeit-Ding da? Wir machen jetzt hier ein paar Spielchen. Ey, hast du Kleingeld, Jordan? Dann lass einmal Trampolin springen, damit die ganze Equipment so fest hat. Komm, wir gehen in den Chat. Sollen wir einmal Trampolin springen oder nicht? Mach mal meinen Hut weg, Junge, das ist unhöflich. Wir sind hier einfach alles mitgenommen, ne? Okay, komm. Ey, kannst du Saltus? Probieren wir jetzt aus. Gib mal das Handy, lieber. Ich schwöre, du hast gleich das Handy kaputt gemacht, ja? Wofür braucht man einen Menschen, das wir vorbereiten? Warte, ich hab das noch nie gemacht, warte. War das gut? Ich trau mich, dass ich... Komm, jetzt geh hin. Ich hab meinen Arm. Ich hab damals mal Arm gebrochen auf dem Trampolin. Seitdem hab ich Angst, Trampolin zu springen. Hier ist kein Trampolin mehr. Hier ist kein Trampolin mehr. Ey, lass mal ein bisschen auf Basketball gehen. Guck mal, jetzt, ich mach eine Flugrolle. Geh mal nach da drüben. Ohne abstützen. Hör mal auf, ich mach das nicht mehr. Ich schwöre, ich mach das. Ich hab damals mal abgebrochen, ich mach das nicht mehr. Ey, applaudier für mich, applaudier für mich. Jordan, Jordan. Oh, scheiße. Ey, darf man sich da dranhängen? Ey, du nicht, du hast das nicht für dein Gewicht gemacht, ich schwöre. Bruder, ich hab keinen Bock mehr auf Trampolin, ja. Ich hoffe, alles, mein Rücken hat geknackt. Wenn er reintrifft, okay? Bruder, mein Rücken hat geknackt, ja. Das ist nichts für mich, ich schwöre es nicht. Komm, geh mal, geh mal. Ich schaff das, jeder hat noch einen Versuch. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool, Alter. Was ist das für ein Pipi-Lanz-Stupf, Alter? Das ist für eine Hose. Sammy! 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 Sammy, hilf mir! Sammy! Sammy, hilf mir! Basti! Drei, zwei, sieben! Komm, wir haben doppelt. Das war ja nicht mal einer, Juhl. Wie soll man zwei machen? Komm, jetzt, Chat. Jordan, Jordan, Jordan! Der Blähblatt in der Luft! Das ist meiner. Was willst du? Wie viel ist dein Auto wert, Junge? Hilf mir mal raus! Ich soll dir raus helfen? Bro, soll man denn mal einbundeln? Nein, bitte hilf mir mal raus, Sammy! Hör doch auf, Sammy! Hier ist Fußball drin! Sammy! Ich liebe die Kronenhaas hier. Da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr. Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Ich hab Platzangst. Ich hab Platzangst, Sammy. Bruder, ich hab Platzangst. Sammy! Raus, raus, raus! Ich hasse fette Leute, ja? Meine Frisse! Hör doch raus! Ja, Zepi! Ja, Zepi! Okay, Chat. Jetzt machen wir, wir haben noch mehr. Mini-Spielchen. Weißt du, was immer IRL machen? Wir gehen mit einem Bodybuilder ins Gym und machen richtig krass Training. Okay, Chat. Entweder Jordan oder Sammy. Komm. Ja, komm. Komm doch. Ja! Ja, ja, Zepi, Zepi! Hätt doch verloren. Du hast doch verloren. Ich bin mal einfach vernünftig. Einfach vernünftig. Okay, einfach vernünftig. Chat, einfach vernünftig. Wenn wir sterben, darfst du sagen. Was machst du da? Ganz einfach, ich bin zu schlecht in alles. Ich bin zu fett, Bruder. Ich würfel, ich würfel ab. Nee, Markus Ruhl, wenn du das siehst, bitte ruf mich an, Markus Ruhl, ja? Bitte blockiert ihn, wenn er dich anruft. Wir machen jetzt noch ein paar Mini-Spiele. Boxautomat anfangen. Ganz klassisch, oder? Klassisch. Lass das hier machen, ja? Na, erst mal ein Schlag. Erst mal ich, dann du. Einmal fest. Nicht auf den Boden, nicht auf den Boden. Legt doch da Boden, Junge. Da ist keine Dings-Tasche. Ah, der Ball ist ein bisschen fluffig. Ich weiß nicht, weißt du? Ich hab das Ding geschlagen. Ich hab das Ding geschlagen. Ich hoffe, meine Mutter. Ich hab das Ding geschlagen. Was? Schlag mich. Was hat er gesagt jetzt? Schlag mich doch. Ja, ich sag dir, ich hab ihm das Ding geschlagen. Das ist cool, ja? Meine Fresse, ja. Der hat das Ding als ich. Okay, halt mal fest. Okay, pass auf dich auf, ne? Ich schwöre, pass auf dich auf. Ey, hast du noch einen Euro? Hast du noch einen Euro? Ich würde was anderes machen. Boah, dafür bin ich geboren, Chad. Ich schwöre, dafür bin ich geboren. Jeder einen Schuss, wer der besten Schuss hat. WM-Finale in der 90. Minute. André Schöle, nehmt Anlauf. André Schöle schießt. Und André Schöle schießt das Ding in 13, 11 Meter. Was? Ey. Chat, alle zusammen. Thomas, Thomas. Du musst nur schießen, nur schießen, Bruder. Er macht immer so einen Film draus, ne? Boah, was ist los? Was ist los? Thomas Müller. Ja, okay. Ja. Wer fängt an, du? Fang an. Warum immer ich? Ey, ey. Fängt das an? One, go. Ey, ey. Ey. Ja, du darfst auch auf dem Film draus. Ich mach doch nix, ich kann das doch. Ich hab meinen Arm gebrochen, ich hoffe, meine Mutter hat meinen Arm. Oh. Ja, was denn? Ey, mach vernünftig, wir zählen die Punkte. Ich kann nicht mehr, John, bitte. Ich kann nicht mehr. Zählen auch Minispunkte? Ja, ich ziehe dir deine Punkte wieder ab. Ach so. Neugt ihr das schon? Ja. Oh mein Gott. Sammy, feuer mich an! Feuer mich an! Ich kann was nicht tun, Feuer! Feuer mich an! 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 Sammy! Feuer mich an! Feuer mich an! Sammy! Ich hab gewonnen. 84, du hast 73. Du hast meinen Rekord, ich hab den Rekord aufgestellt. Du schwitzt und stinkst, Bruder. Ich schorf an. Alter, ey, ey. Hä? Ey, das ist zu viel Sport für mich heute, ja? Ich wollte schon immer einmal Karrierabahn fahren. Ja, ich schwör's dir, John. Warte, ich bin grad am Autofahren, Bruder. Ey, nimm doch dein Getränk! Soll ich beim Autofahren das machen, oder was? Geh hinten auf den Hohen, hinten ansitzt. Ach so. Hält die Kamera. Was machst du, du Ochse? Ich hör das aus Versehen. Das war aus Versehen. Bruder, jetzt bin ich sauber beim Fahren. Das hättest du nicht machen sollen, ja? Boah, ich will Artic. Ich will das. Du kannst kurz das Touch spielen, ne? Jetzt wo ist das Chat-Handy? Wo ist das Chat-Handy? Da, 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 da. Oh, mein Gott, ja! Sammy! Sammy, 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 Sammy! Sammy, Sammy! Ey, kann ich hiermit was machen? Ey, Macarena! Jetzt, jetzt! Jetzt! Ey, 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 ey! Shit, shit! Hey, ey, ey, ey! Bruder! Oh, mein Gott, Mann! Ey, gleich, Sammy, du machst wieder Tour de Boah. Wackel mein Sitz. Ja, ich fühl, ich fühl, Sammy! Ich bin erster Platz! Rechts zum Rechts! Jetzt, gib Gas, gib Gas! Gib Gas, Sammy! Sammy! Hey! Oh, oh. Stefan, du bist wirklich schlecht. Nee, du begeistern uns vor irgendeinem Computerspiel, ne? Sammy, ich bin erster Platz. Du spielst auch gegen Computer, Junge. Ey, Sammy, Turbo, wackel den Wagen, wackel den Wagen! Die letzten 10 Sekunden, wackel den Wagen! Oh, mein Gott! Toll! Wackel den Wagen, wackel den Wagen, Sammy! Die letzten 10 Sekunden, wackel den Wagen! Los, doch! Los! Ja! Ich freue mich, ey, dein Spiel! Ey, da wird auch eine Runde fahren. Wie heißt der Rennfahrer? Michael Schumacher. Ich liebe dich. Fängt das in 4 Sekunden an? Ja, das ist Ende. Hast du? Nuh-uh. Wie, du hast gesagt, 4 Euro, hast du gesagt. Das kostet 2 Euro. Du hast gesagt, du hast 4 Euro. Ja, da habe ich doch beim Augtomaten reingepackt 2 Euro. Äh, du bist so ein Geier, Junge, ja. Ich wusste das, ich schwöre, ich wusste das. Der macht das immer, wisst ihr? Er will das machen, dass er spielen kann, dass er Spaß hat und ich darf nicht spielen. Du bist so ein richtiger, richtiger... Bruder, 2 Euro hätte ich dir gegeben, Junge, ja? Du bist einfach schlimm, Bruder, du bist schlimm. Ey, Chad, spendet mal 2 Euro, ja? Ey, guck mal, einer hat geschrieben, warte. Einer hat geschrieben. Und jetzt sei fair, ich habe geschrieben, komm hinten drauf, wir fahren zusammen. Alter, was soll ich da mich hinten drauf setzen, Junge, ja? Hast du Familie gesagt? Hä? Hast du Familie gerade gesagt? Ja. Fass mich nicht an, ich schwöre, du bist so ek-f-nass, ne? Ey, was sollen wir noch machen? Ich habe keine Kohle mehr. Wach, lass mal los. Na was, du stinkst, Bruder. Lass doch mal locker. Du stinkst doch, Bruder. Ja, lass doch mal locker. Ja. Alter. Guck mal, der hat hat mir meine ganze Tasche kaputt, guck mal. Fast nichts an, was du, wenn du neben mir bist. Ich fahre nicht mehr. Fast nichts an. Ich schwöre, ich fahre nicht mehr mit dir. Ich spiele erst mal. Erst mal ich, dann auch du. Erst mal ich, dann auch du, du Fettsack. Ey, ich habe dir einen reingemacht. Oh, Junge, ja? Ey, komm, das ist das letzte Spiel, jeder ein und dann ist Ende Schicht im Schacht, ja? Ey. 20. Ich hole dich, ich hole dich. Ey, sorry, ehrlich. Das ist doch viel zu anstrengend, ich schwöre auf alles, Alter. 4, 3, 2, 1, Ende, Ende. Ich habe doch noch 8 Sekunden, wo lügst du? Nein, das ist Ende. Ich glaube, jetzt hast du nochmal. Jetzt bist du dran. Wie, ich bin dran, Junge, warum sagst du mir das jetzt? Ey, meine Fresse. Spiele nur. Spiele nur. Okay, Tch, Tch, Tch. Meine Fresse, was machst du? Do the second, ne? Schwo, guck mal, jetzt, guck mal, jetzt, Tch, Tch, Tch. Warte, 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 warte. Ey, oh mein Gott, ja. Moment, eine Hand, wenn ich will, ohne gucken. Chat, übrigens, wir sind, wir haben das bewusst nicht gesagt, wir sind im Alma Park. Checkt die gerne ab. Ist richtig geil. Also, ihr könnt alles hier machen, wirklich. Ey, warte, das war unser erster Stream hier, ne? Da drüben gibt es Minigolf, da gibt es Fanball, da gibt es Fußball, da gibt es Laser-Tag, Billiard-Fußball. Es gibt noch 5 verschiedene weitere Escape-Räume. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt mal eins in die Chat, ich hoffe, alles. Also, wir werden das wirklich so ein- bis zwei-mal versuchen in der Woche auf jeden Fall reinzubringen. Eins in die Chat, wenn wir nochmal einen Escape-Raum machen sollen, weil es gibt noch schwierige. Aber diesmal ohne Hilfe, weil wir müssen ein bisschen üben, ja. Freunde, ich schüttel, ich liebe IRL, ja. Das verwockt eigentlich, ne? Das macht so Spaß, ne? Aber mit dir in so Räume reinzugehen, wo es leise sein soll... Ihr könnt uns übrigens auf Instagram schreiben, wohin wir als nächstes gehen sollen. Also, nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag wird der nächste stattfinden. Und wir wollen im Dezember für drei Tage nach Österreich mit euch fliegen und jeden Tag streamen. So richtig mit Jodeln und Stefftanzern. Aber warum verrätst du alles? Ja! Dann legst du einfach irgendwelche Sachen so, hör doch auf, irgendwelche Sachen zu sagen. Ich wirf alles, ich liebe euch wieder auf den Theaternium, ich liebe mein Vater auch. Morgen, 20 Uhr, Silent Library mit Cem und seinem Bruder Jingle, wenn alles klappt, Freunde. Was gibt's noch zu sagen? Halt die Fresse, Junge. FC John, Stand des Südens, du bist 13 Jahre alt, hier gibt's nichts mehr zu sagen, ja. Jungs, was mit morgen? Ja, morgen, Silent Library. Ich würde sagen, war ein WI-VW in den Chat. Ich liebe euch vom ganzen Herzen. Wir sehen uns morgen, ja. Geben wir erstmal Dusche, ich bin auf meine Mutter. Verstecken spielen. Kann man auch machen. Freunde, wir sehen uns. Bis morgen, 20 Uhr. Junge, ja.